hallo und herzlich willkommen mein kanal der skao kanal und heute zum rematch DFB-Pokal am Donnerstag und zwar Ingolstadt empfängt als Gastgeber den Hannover 96 viel spaß im video hallo und herzlich willkommen mein kanal der skao kanal und heute zum rematch DFB-Pokal 2015 am Donnerstag und zwar heute spielt der FC Ingolstadt heim gegen den Hannover 96 genau ja und heute grüße ich mal den Florian Benjamin ja Florian Benjamin wie du gerade hier zuguckst ich grüße dich und ich habe ein neues was neues mir einfallen lassen und zwar ich grüße in jedem Video einen Abonnenten von euch im Video weil ich bisschen Werbung machen will ein bisschen Fleischwerbung der Kanal der Kanal Florian Benjamin ist einfach nur klasse auch nochmal ansprechen und ja ihr könnt mal draufklicken und ja ist eigentlich ganz sympathisch und cool und ja ich darf nicht so lange machen neun Minuten habe ich bloß Zeit und die erste Karte kommt von Gladbach ihr könnt da in den Kommentaren schreiben ich möchte mal hier gegrüßt werden und so fand ich eigentlich ganz cool so zweite Karte für heute kommt von Darmstadt nicht dabei so dritte Karte mal sehen wir hier weiter kommt zwischen Ingolstadt und Hannover wieder von Gladbach und die kommt von Schaul 4 Klasse ein Hundela fünfte Karte jetzt die Karte kommt von den VfB Stuttgart ziehen wir mal die Karte raus und die Karte kommt von den Köln wow die Mohornas gewesen hätte 3 3 Tore gebracht so nächste Karte ziehen wir hier unten und die kommt von Hoffenheim nicht dabei sieben Karten und die nächste Karte kommt von Hamburg die haben wir jetzt hier gestern gespielt nächste Karte kommt von Freiburg Mitrovic okay so nächste Karte kommt von Baddeborn jetzt werden wir 19 elfte Karte ruhiges Spiel bis jetzt und die Karte kommt von den Esserwerder Bremen genau und die Karte kommt von den Borussia Dortmund wow Ja Reus Hedrick Halter hätte 3 Tore gebracht wandelt 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 12, die 13. Karte kommt jetzt und die Karte kommt von Frankfurt, Kittel, haben wir gestern schon gezogen und die Karte hier oben kommt von Amazon Mainz, die letzte Karte, der kommt in die Verlängerung und die Karte kommt hier von einem Vorteil, Integral Arena. Haben wir gestern gespielt. So, wartet wir kurz. Ja, genau, jetzt bin ich wieder und zwar, ich habe gerade die Musik neu gemacht. Ja, genau. In die Verlängerung übrigens, es müssen zwei Karten gezogen werden. Genau. Ja, dann ziehe ich einfach mal hier. Und die Karte kommt von Hannover 96. What the hell? Das bringt zwei Tore. Zwei Tore. Kametäns Karten bringt zwei Tore. Das ist eigentlich jetzt schon fast unerreichbar. Letzte Karte müssen wir einfach, die müssen wir ziehen. Und die Karte kommt von Heimvorteil. Freiburg, ja. Und Hannover schießt sich in der Verlängerung ins Achtelfinale. Lars Dintl macht das Double. Und damit ist Ingolstadt raus und Hannover zieht ins Achtelfinale des DFB-Mokal 2015 ein. Nein. Ich gratuliere Hannover. Sie haben es geschafft. Ja, genau, das war wieder anstrengend, oder? Und denkt an meine Worte vor uns. Schreibt in die Kommentare, wer gerüst sein will und für wen ich Werbung machen soll. Und ja. Dann sage ich Tschüss. Bis morgen. Morgen zum Let's Play Part 24. Genau. Und gibt es eigentlich was Neues? Nö. Dann bis morgen. Das ist genau klar.